Der hat den Wachstum, der hat den Wachstum, der hat den Wachstum, der hat den Wachstum gemacht, der hat den Wachstum gemacht, der hat den Wachstum gemacht. Und da hat er nochmal Hauwuchte gemacht, hat nochmal höher gewohnt und der hat den Wachstum, der hat den Wachstum gemacht. Ich gehe mit den Wachstum. Diese Jungs, bleibt bei Können, bleibt bei Erdmann sehen, weil ich der Bürgermeister von Bullitan bin. Ich habe Farmer City niedergebracht, niedergebracht. Wie gesagt, die Grundmache stellt sich hinten an, wie sich das so gehört. Wie gesagt, wie sie hiermon playoffs. Das Wachstum macht den Wachstum! Der Wachstum kommt marked in der pulls ந-gen-�saffgered terms auf den Wachstum! Die Knochenْ Die出來 sind in der Wachstum. Der sind schön An freakstum, die Rennen sind absolut großartig. Oh, Mensch! 4, 2, 1 Yep! Yuck! Oh, pads! Jochen Pickle on clad. Jéssaint! Dark, guys! Applaus 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 ... Meine Damen und Herren, mein Name ist Big Boys den Kurрупpern. Ich bin die Ringelnautser am heutigen Abend und heißen Sie alle recht herzlich willkommen bei Classic Wrestling Entertainment. Bevor wir jedoch anfangen, möchte Classic Wrestling Entertainment darauf hinweisen, dass niemand hier gezeigten Aktionen, Schauelemente draußen oder gar an der Schule nachmacht. Das gilt ganz besonders an unsere jungen Zuschauer. Alle Beteiligten haben ein jahrelanges und hartes Training hinter sich. Sofern ihr Interesse habt und es gerne selbst versuchen möchtet, jeden Montag von 20 bis 22 Uhr ist Training in der KSV Halle Hemsbach, jeden Sonntag eine Absprache. Alle Informationen diesbezüglich auf der Webseite und bei Facebook. Also, please don't try this. Die CWE möchte mich ganz besonders heute Abend bei den Sponsoren bedanken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Viele von den eingeschworenen CWE-Fans wissen, dass das nicht die Heimhalle ist. Wir möchten uns bedanken bei der Gaststätte zur Turnhalle, bei der Wirtin, die einen tollen Job macht, Mödelhaus Obererst und bei der Highlander e.V. Weinheim. Hierfür ein ganz herzliches Dankstück von Classic Wrestling Entertainment. Die World Series of Wrestling ist ja das, was es bei CWE dieses Jahr wieder mal geht. Leider konnte aufgrund von Heiden-Problemen im September eine Show leider nicht stattfinden. Weshalb das Finale der World Series of Wrestling 2016 ungewöhnlicherweise ausnahmsweise am 28.01.2017 bei Point of No Return ausgekämpft wird. Heute Abend gibt es allerdings das zweite Halbfinale und zwar Master J gegen Marco Zerscher. Der Sieger dieses Matches wird gegen den schon im Finale befindenden Bernd Fahing-Föhr am 28.01.2017 bei Point of No Return aufeinandertreffen. Heute Abend steht so einiges auf der Card, aber das ganz Besondere des Abends ist wie immer der Main Event. Da geht es heute Abend um den Rhein-Neckar-Champion-Titel. Der amtierende Champion Aaron Insane gegen den Sieger des Rumbles Farmer Joe. Aaron Insane hat seit 354 Tagen ungeschlagen in seiner Hand. Doch Farmer Joe hat wie immer, wie ich hier schon höre, die Farmer Nation auf seiner Seite. Lassen wir uns überraschen, Farmer Joe es heute Abend schafft, sich seinen Titel zurückzuholen. Classic Wrestling Entertainment heißt Sie recht herzlich willkommen bei Wrestleball 2016. Meine Damen und Herren, heißen Sie ganz herzlich willkommen den General Manager von Classic Wrestling Entertainment, Norbert Pusch. Guten Abend, bitte Sachsen. Hallo Sachsen. So, wir haben hier einen riesen Cover voll spannender und packender Matches eingepackt und die werden wir heute Abend hier sehen im Ring. Eine kleine Sache habe ich noch zum Main Event zu sagen. Farmer Joe, Aaron Insane, gibt es eine kleine Besonderheit. Es gibt kein Zeitlimit. Und bei Q wechselt auch der Titel. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben, was da abgegangen ist. Und deswegen gibt es diese Regeln. Auch beim Eingreifen von Grid Iron gibt es einen Titelwechsel. Farmer Joe wird dann automatisch Champion. Und jetzt gibt es Spaß bei Wrestleball 2016. Sprecher 1 Sprecher 2 Sprecher 1 Sprecher 2 Sprecher 2 Sprecher 2 Jetzt inventory ich Sle So, Leute, 2016 war ein gutes Jahr und die World Series neigt sich dem Ende. Ich bin im Finale. Aber das Finale findet nicht heute statt. Das Finale findet bei der nächsten Show statt. Und da will ich euch alle sehen. Ja, ihr müsst da kommen. Aber, aber, ich will euch einrosten. Ich muss unbedingt heute ein Warmer Match machen, oder? Hab aber noch keins. Also, irgendjemand Backstage, wer will, wer fertig ist, wer bereit ist. Ich brauche Übung! 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 Ging! AusPPănern! Kumpelstere Hall anntes! You will be alone, I don't want to be so old So if I hurt the tension, try to take me in that shit Was zum Teufel seid ihr denn für Clowns? Clowns! 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 Das ist also dieser Hype, von dem alle gesprochen haben Ach so, man verkleidet sich hier als solche Clowns und deshalb Benio! 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 Ben! 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 Aber 2 gegen 1 ist etwas unfair, von dem ich auch Wege Ruhe? Ich hab noch 2 Appel, ich hab's schon mal an Love! Ben! Love! Ben! Love! Ben! Love! Ben! Love! Ben! Also ich bin 2 gegen 1, finde ich etwas unfair, das erzähl ich jetzt nicht Okay, okay, ich hab auch noch Freunde Backstage Ich bin mit so vielen Leuten schon auf Party gegangen Ich hab so viel schon mit denen gemacht Okay, 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 okay Wen, 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 wen gibt's denn da Backstage? Ich bin hier wohl Patrick, mach nochmal Ich brauch irgendjemand Einfaches Irgendjemand, irgendjemand Just, just, just one guy Just, just Nick Nick! Nick Char! Nick Char! Nick Char! Nick Char! Nick Char! Ich hab noch viel Das war's für heute. 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 Und direkt. Das war's für heute. Komm, 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 komm Wir haben die Position für Fernholz. Verdammt! Scheiße! Das war's für heute. Das war's für mich. 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 Ich weiß. Das war's für mich. Das war's für mich. Who are you. 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 One more time. Who are you. Who are you. Hey. Who are you. 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 Who are you.